Willkommen zu einem weiteren Video auf dem Kanal Gründlich Erklärt. In diesem Video lernst du, wie du Relativsätze mit KI, KE und OU bilden und anwenden kannst. Am Ende des Videos gibt es eine Übungsaufgabe mit Lösungen. Zwei Freunde schauen sich ein Fußballspiel mit Paris Saint-Germain an und unterhalten sich. Sagt der eine, Relativsätze sind Teilsätze, die eine Person oder eine Sache näher beschreiben bzw. bestimmen. Sie werden durch ein Relativpronomen eingeleitet. Relativpronomen sind in diesem Fall KI und KE. OU ist streng genommen kein Pronomen, aber wir nehmen es jetzt der Einfachheit halber hinzu. In unserem Eingangsbeispiel haben wir Relativsätze benutzt, um den Spieler, das Trikot und den Laden genauer zu bestimmen. Aber wann benutze ich KI, KE und OU? Schauen wir uns diesbezüglich einige Sätze an. Das Relativpronomen KI steht für das Subjekt des Relativsatzes. Dazu der folgende Beispielsatz. Il va jouer avec un ami qui aime le foot. Er spielt gleich mit einem Freund, der Fußball mag. Das Relativpronomen KI bezieht sich hier auf un ami zurück. Dieser ami wird in dem Fall näher beschrieben. Es ist nicht irgendein ami, sondern der ami, der Fußball mag. Wenn wir aus diesem Satz zwei Sätze machen, dann sehen wir, dass mit dem KI dieselbe Person gemeint ist. Il va jouer avec un ami, c'est ami aime le foot. Er spielt gleich mit einem Freund. Dieser Freund mag Fußball. Beim Verbinden der beiden Sätze wird also der Ausdruck Cetami im zweiten Satz einfach durch KI ersetzt. Merkhilfe für Lückentexte. Wenn nach der Lücke kein Subjekt bzw. Subjektpronomen kommt, dann wird KI eingesetzt. Das KI übernimmt dann selbst die Rolle des Subjekts. Wir schauen also, ob nach der Lücke ein Subjekt oder ein Subjektpronomen kommt. Nein, in dem Fall nicht. Es folgt ein Verb. Das heißt, der Relativsatz hat kein Subjekt und wir setzen KI ein, damit der Teilsatz ein Subjekt hat. Sasi ist ein Mädchen, das viel arbeitet. Aber Achtung! Diese Regel hilft zwar sehr gut, aber es kann auch mal vorkommen, dass nach der Lücke ein Objektpronomen steht. Das ist für viele von euch verwirrend, weil diese Objektpronomen zugegebenermaßen leicht mit den Subjektpronomen vertauscht werden können. Beispiel Il y a un chat qui nous aime. Es gibt eine Katze, die uns mag. Hier ist das Nu kein Subjektpronomen, sondern ein direktes Objektpronomen. Dies erkennt man zum Beispiel an der Endung des Verbs EME. Wäre Nu das Subjekt, dann müsste es Nusément heißen. Das heißt, dass in dem Relativsatz das Subjekt fehlt und wir KI nehmen müssen. Das Relativpronomen KÖ bzw. die abgekürzte Variante KÖ mit Apostroph vor Vokal und HMUE, also stummen H, steht für das direkte Objekt des Relativsatzes. Auch hierzu einige Beispielsätze. Elle adore les Spaghetti qu'elle mange. Sie liebt die Spaghetti, die sie isst. Das Relativpronomen KÖ bezieht sich hier auf les Spaghetti zurück, die in dem Fall näher bestimmt werden. Es geht nicht um irgendwelche Spaghetti, die sie irgendwann gegessen hat, sondern um die Spaghetti, die sie gerade isst. Wenn wir aus diesem Satz zwei Sätze machen, dann sehen wir, dass mit dem KÖ dieselbe Sache gemeint ist. Beim Verbinden der beiden Sätze wird also der Ausdruck CÉ Spaghetti im zweiten Satz einfach durch KÖ ersetzt und an den Anfang gestellt. Merkhilfe für Lückentexte. Wenn nach der Lücke ein Subjekt bzw. ein Subjektpronomen kommt, dann wird KÖ eingesetzt. Das KÖ übernimmt dann die Rolle des direkten Objekts. Ein Beispiel. Dans le cinéma il y a le film, Lücke, je veux regarder. Wir schauen also, ob nach der Lücke ein Subjekt oder ein Subjektpronomen kommt. Ja, in dem Fall ist es das JÖ. Das heißt, der Relativsatz hat ein Subjekt, aber kein direktes Objekt und wir setzen KÖ ein, damit der Teilsatz ein direktes Objekt hat. Dans le cinéma il y a le film que je veux regarder. Im Kino gibt es den Film, den ich sehen möchte. Das U ersetzt Angaben des Ortes. Beispiel. Je visite la ville où ma tante habite. Ich besuche die Stadt, in der meine Tante wohnt. In diesem Satz wird la ville auf einen bestimmten Ort festgelegt. Es ist nämlich die Stadt, in der die Tante des Sprechers wohnt und nicht eine andere Stadt. Wenn wir aus diesem Satz zwei Sätze machen, dann sehen wir, dass mit dem U derselbe Ort gemeint ist. Je visite la ville. Ma tante habite dans cette ville. Ich besuche die Stadt. Meine Tante wohnt in dieser Stadt. Beim Verbinden der beiden Sätze wird also die Angabe dans cette ville im zweiten Satz einfach durch U ersetzt und an den Anfang gestellt. Bei Lückentexten müssen wir entsprechend erkennen, ob vor der Lücke von einem Ort gesprochen wurde. Wenn ja, dann können wir für die Ortsangabe das U benutzen. Wenn nicht, dann ist es ein anderes Relativpronomen. Es folgt nun ein Hinweis zur Kommasetzung. Die Kommasetzung entspricht nicht den deutschen Kommariegeln. Im Deutschen wird der Relativsatz immer durch Kommas getrennt. Im Französischen gibt es zwei Fälle. Erstens, du setzt keine Kommas, wenn der Relativsatz einschränkend ist, also eine notwendige Information darstellt. Beispiel Hier ist der Relativsatz notwendig, weil ein bestimmtes Foto die Freundin zeigt. Die zweite Regel lautet, wenn der Relativsatz eher eine zusätzliche Angabe darstellt, also erläuternd ist, dann werden Kommas gesetzt. Beispiel Das Alter der Großmutter ist in diesem Fall nicht notwendig, weil ja klar ist, wer die Großmutter ist, sodass der Relativsatz mit Kommas getrennt ist. Wenn dich diese Kommaregeln verwirren, dann lass die Kommas einfach weg. Im Zweifelsfall könnte man nämlich bei allen Angaben argumentieren, dass sie doch irgendwie notwendig sind. Zusammenfassung Relativsätze sind Teilsätze, die eine Person oder Sache näher beschreiben bzw. bestimmen und mit einem Relativpronomen eingeleitet werden. Das Relativpronomen key ist das Subjekt des Relativsatzes. In der Regel folgt auf das key mindestens ein Verb. Das Relativpronomen kö steht für das direkte Objektpronomen des Relativsatzes. In der Regel folgt auf das kö ein Subjekt. Das U steht für eine Ortsangabe im Relativsatz. Auf das U folgt in der Regel ein normaler Satz mit Subjekt, Verb etc. Wenn der Relativsatz notwendig ist, dann werden keine Kommas gesetzt. Wenn der Relativsatz jedoch nicht notwendig ist, dann werden Kommas gesetzt. Soweit die Erklärungen. Wie wäre es mit dieser kleinen Übungsaufgabe? Im ersten Teil sollst du die Lücken mit key key oder u füllen. Im zweiten Teil sollst du jeweils aus den beiden Sätzen einen Satz mit Relativsatz bilden. Du kannst das Video gleich pausieren, die Aufgabe bearbeiten und dann wieder weiterlaufen lassen. Du kannst aber auch das entsprechende Arbeitsblatt herunterladen, das ich dir in der Videobeschreibung verlinkt habe. Und später wieder an diese Stelle zurückkehren. Du kannst das Video nun pausieren. Fertig mit der Aufgabe, dann kommt hier die Lösung. Teil 1 fülle die Lücken mit key key oder u. Il parle une langue que je ne connais pas. Hier steht nach der Lücke das Subjektpronomen je, also setzen wir que ein, das sich wiederum auf das direkte Objekt une langue bezieht. Les filles vont à Cannes où on présente le festival du film. Cannes ist ein Ort in Südfrankreich, deswegen setzen wir ou in die Lücke ein. Elle achète le cadeau qu'elle va lui donner. Nach der Lücke steht das Subjektpronomen elle, weswegen que mit Apostrophe eingesetzt wird. Das sich wiederum auf das direkte Objekt le Cadeau bezieht. Nach der Lücke steht ein verneintes Verb. Also kommt key davor, das sich auf das Subjekt le Cadeau bezieht. Maman, qui est très jolie, travaille tout le temps. Auch hier kommt nach der Lücke ein Verb, weshalb davor key eingesetzt wird, das sich wiederum auf das Subjekt Maman bezieht. Außerdem wird hier der Relativsatz durch Kommas getrennt, damit Maman schon eine bestimmte Person gemeint ist, nämlich die Mutter. Eine nähere Bestimmung mit einem Relativsatz ist dann nicht mehr nötig. Aus 2 mach 1. Verbinde die Sätze, indem du einen Relativsatz bildest. Je veux un copain qui m'attend. Le copain ist im zweiten Satz Subjekt und deswegen wird der Relativsatz mit key eingeleitet. Tu peux acheter la jupe que je porte dans la boutique. La jupe ist im zweiten Satz direktes Objekt, weshalb der Relativsatz mit key eingeleitet wird. Na, wie viele Sätze hast du richtig gelöst? Schreibe es in die Kommentare. Auch Fragen und Anmerkungen kannst du gerne in die Kommentare schreiben. Ansonsten zeig mir doch mit einem Daumen nach oben, dass dir das Video geholfen hat. Abonniere den Kanal, damit du bei deiner nächsten Suche nach einem Erklärvideo meine Videos vorgeschlagen bekommst. Außerdem habe ich hier rechts und links hilfreiche Videos verlinkt, die du dir anschauen kannst. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, à la prochaine.